Wunderschöner Punkt von Fedela. Bekannt agieren, sondern wirklich den Ball versuchen flach zu halten im Slice. Wunderschöner Punkt von Fedela. Sehr gut lesen und natürlich dadurch auch beim Return eine kleine Vorahnung haben oder im Gefühl haben, wohin der Gegner aufschlägt. Aber im Großen und Ganzen die Aufschlagbewegung zu lesen bei den Topspielern ist natürlich schwierig. Oh! Oh! Die Ehefrau des Serben im Bild, Jelena. Boris Becker hat so viele Duelle geliefert in all den Jahren. Insgesamt waren es 35 Matches. . . . . . . Klingel Mungabie Ja! Halt! Lapp. Ich würde sagen, Stan war Rinker. Oh, da hat er Glück gehabt. Das sind natürlich schon immer wieder beeindruckende Serien, die da von der ATP natürlich auch immer wieder. Schade. Das war jetzt mein Rinker. Das war's. 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 höchsten niveau und kann gegen die jungen bilden sage ich mal ja immer noch eingangs zulegen auch wenn es eng wird ich 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 Sie hat jetzt Weltklasse gespielt. Unglaubliche Wahlwechsel. Das ist fantastisch. Ach, der ist ... Das kippt gespielt von Federer. Sehr starkes Spiel von Novak. Das kippt gespielt. 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 Das kippt gespielt.